Ja, ich habe schon lange kein Video mehr gemacht, also zumindest für YouTube nicht und ich werde mal gucken, ich weiß nicht, achso, Handscanner ausleihen, da muss man sicher erst einen freischalten, sorry, weil viele wissen diese Sache noch nicht, was dieses Ding kann und ich werde es jetzt einfach mal drehen, weil ich halt auch will, dass ihr in Zukunft das hier könnt. Also jetzt starte ich mal den Scanvorgang, das ist zum Beispiel hiermit schon getan, da steht es zum Beispiel, jetzt ist das Produkt hinzugefügt worden und einfach deswegen, weil ich jetzt einfach mal euch zeigen will, dass es einen Vorteil hat und keinen Nachteil mehr, weil der Vorteil, den werdet ihr gleich an der Kasse sehen, also da werde ich mich dann nachher nochmal melden. Viel Spaß beim zweiten Vlog.